ja dann grüß ich mal und ich bin dabei beim weihnachtsmalturm jetzt teste ich doch mal genau wie das geht mit den antworten per video auf youtube ist auch mein erster versuch also ich bin beim weihnachtsmalturm dabei und jetzt hoffe ich dass ich dafür auch punkte bekomme ja ich grüße dich lena und alles jude bis dann ciao